so leute ja da haben wir sie wir haben es geschafft die castilla ist nur mal so kurz als zwischenvideo jetzt ausgerüstet wie und video kommt morgen heute wenig zeit und viel zeit für andere dinge und dementsprechend ja wie gesagt kommt morgen morgen seht ihr es ich danke euch fürs zuschauen bis dann tschau tschau